Musik Einen wunderschönen Tag, hier ist wieder euer Benni von Bildtraining und ich begrüße euch zu einem weiteren meiner Videos. Ja, meine Lieben, heute Part Nr. 3 der Koordinationsübungen. Wenn euch die letzten Videos gefallen hat, dann lasst mir gerne auch heute wieder einen Daumen nach oben da. Ich habe mich sehr über eure positive Resonanz in dem letzten Video gefreut. Wenn ihr vor allen Dingen Gefallen an diesen Übungen habt oder gefunden habt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch mal so ein bisschen eure Erfolge mit mir teilt und auch mal reinschreibt, ob ihr euch denn schon im Tennisspiel verbessern konntet. Ja, ich wurde auch gefragt, hey Benni, für was sind denn diese Übungen überhaupt gut? Ganz ehrlich, es ist gut für eure Vorhand, für eure Rückhand, für euren Auflag. Diese Übungen helfen euch bei allen Schlägen, die ihr im Tennis zur Verfügung habt, euch zu verbessern. Ja, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Wenn euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, lasst mir gerne auch hier mal ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Benni ist raus und ciao. So, jetzt kannst du Pause machen. So, jetzt kannst du Pause machen. A melody where I belong in this life 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 Bis zum nächsten Mal.